Der Mann? Der Mann? Warte! Das geht doch weg! Ah! 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 Du hast alles in die Zunge! Ah! Ah! Sieht das eigentlich gut aus? Kameramann, sieht das eigentlich gut aus? Ich glaube, es wird da reingehen. Wir gehen mal rein, oder? Ich probiere mal aus, ob die überhaupt funktioniert, die in mir gegeben hat. Wenn wir jetzt draußen stehen bleiben, ist das natürlich scheiße, ne? Oh! Okay! Das ist der Schloss! Geht auch hin? Ach, die haben das Kameraden, ne? Du bist breit! Ich würde sagen, wenn du mich fräst, dann wäre das ein guter Alter! Jetzt die Frage, haben wir das Windows Studio gebucht? Oder wird es doch zu mir im Speed? Das klingt so ein bisschen wie das Räge schon mal drin. Gibt's noch? Ich hab auf jeden Fall schon mal den wichtigsten Planner gefunden mit dem ganzen Speed. Damit man wieder runterkommt. Aber was ich am geilsten finde, ist natürlich oben diese indirekte Beleuchtung, ey. Das ist ein mega neis. Das macht's auch gut. Das macht's auch gut. Das macht's auch gut. Oje, du! Das war der Kopf, Alter! Sock it up! Ja, nix. Sock it up! That's 지역-sock it up! Sock it up! Sock it up! Yeah, nix! Sock it up! Sock it up! Ich hab gleich die Kamera verstanden! Was macht man, wenn man im Vitorlob ist, eigentlich zusammen zum Nordort fahren möchte? Aber die Leute sind ja lange am Ende. Ich meine, um neun? Wirklich? Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich denke, das erste wird funktionieren, oder? Ja, ist gut, ich lasse es dir ja liegen. Nur als geschlafen, so ist das Himmel. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Wofür das nicht wahr sein? Zufall im Zufall im Zufall im Zufall im And now I know my heart is a ghost town Oh, it's a ghost town And now I know my heart is a ghost town I have two black friends, they have a lot of grass Come now, what do you have to do? I know my heart is a ghost town Then, do you see my hair in this time? Do you see my hair in this time? Hey guys, you are sick Especially why do we do this? For the clicks If you don't share this, then I don't know what to do So, let's go die Beardfotze da oben. So eine Mega-Jump-Wagen. Und zwar über diese Kinderhügel hier, die man wahrscheinlich auf der Kamera noch nicht mal erkennt. Es schneit! Es schneit! Kommt alle aus dem Haus! Er fährt los, er fährt los, er fährt los, er fährt los. Oh, 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 da kann man an, da kann man an, da kann man an, da kann man an, und... Ich war drüber, oder? Ja, Mann, er war drüber. Ich war drüber, oh, scheiße. Ich hoffe, das checken, Alter, wir müssen hier weg. Digga, hol die Sachen, wir müssen hier weg. Ich danke in erster Hinsicht unseren Hauptsponsoren Birten. Hier müsste es irgendwo sein. Red Bull Deutschland. Elias Grüße, GmbH, die das Ganze hier ermöglicht hat, durch die Aufnahme. Auch den der AfD danken wir auf jeden Fall nicht. Das wollten wir da an der Stelle auch noch mal gesagt haben, uns differenzieren. Klar, klar bekennen, Farbe bekennen. Wir sind nicht... Wir sind schwarz. Wir sind nicht braun. Ach so, doch. Natürlich muss ich der wichtigsten Person noch danken, mir. Ohne mich wäre das natürlich alles gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank.